Dankeschön, das ist sehr freundlich. Ich habe heute, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, kennt ihr das? Wenn man, ich habe irgendwas, ich habe, ich habe aber auch, ich habe aber auch das falsche gegessen heute. Kennt ihr das, wenn man was isst? Also Mittagessen mit drei Komponenten, Fleisch und zwei und man hat, also man beginnt das Mittagessen mit dem Fleisch und man hat aber direkt so ein fieses Stück im Mund, so ein Knorpelstück, ja? Kennt ihr das? Wenn man direkt am Anfang so ein fieses, sehniges, so ein Knorpel und man weiß, man kann das nicht essen und man lässt das in die hohle Hand gleiten und legt das an den Tellerrand oder unter den Tellerrand und dann isst man weiter und isst weiter und dann ganz am Ende, wenn man fertig ist, dann erinnert man sich nochmal an dieses Knorpelstück, ja? Und dann stellt man fest, es ist nicht mehr da. Ja, ich hatte das, ich hatte das und es war nicht mehr da und ich wusste genau, ich habe es mitgegessen, ja? Ich habe es am Ende doch irgendwie mit runtergeschluckt und ich habe mich so vor mir selber geekelt, dass ich also ohne große Mühe mich auf den Lernteller übergeben konnte und ja, ich habe es dann auch sofort gefunden und war total erleichtert. Ja, ich habe nun also hier ein kleines Lied vorbereitet und beglitten werde ich bei dem Lied von ähm, ja, von mir selber, also beziehungsweise von meiner rechten Hand, ähm, meistens von dem Zeigefinger meiner rechten Hand. Es geht, Ruhr bitte, es geht in diesem Lied um, um die Unterschiede zwischen weiblichem und männlichem Essverhalten. Mir ist aufgefallen, dass es da große Unterschiede gibt, ähm, den Frauen fehlt oft diese, diese, diese lustvolle Gefräßigkeit, die die Herren auszeichnet und das liegt oft daran, dass ein von Wein, Bier und Schnäpsen aufgepeitschter Heißhunger einfach immer um ein vielfaches mächtiger ist, als der alleine von einem Pikolöchen Gekitzelter. Ja, und um diese Unterschiede geht es in diesem Lied und, ähm, jawoll, es geht. Das Lied beginnt hier, äh, mit der Fünf, dann die Sechs, die Neun und die Zwei. Hab ich alle hier beschriftet. Und genau, das Lied hat fünf Strophen, die erste Strophe heißt Fleisch. Alle Jungens essen Fleisch. Nur das Mädchen kriegt ein Salettchen. Alle Jungs essen ein halbes Schwein. Nur bei ihr kommt kein Schwein rein. Die zweite Strophe heißt Käse. Alle essen Leberkäse. Nur auf ihren Teller kommt Mozzarella. Alle kriegen ihn nicht voll den Hals. Und sie braucht nicht mal Salz. Die dritte Strophe... Die dritte Strophe heißt Besteck. Alle essen mit der Gabel. Nur das Mädchen will Stäbchen. Und alle fragen sich, wo war sie denn? Und sie sagt in Asien. Vegetarische Frauen gehören verhauen. Denn mit ihrem Verhalten gefährden sie die Jobs in der Fleischindustrie. Vielen Dank. Danke schön. Auf Wiedersehen.